was geht ab freunde und willkommen zur dritten ausgabe von achtung abzocke und ich habe wieder einen pc gefunden wo ich wirklich die hände über den kopf geschlagen habe aber in zukunft machen wir das anders ich schaue mir noch einen pc an und nicht xpcs pro folge und diese ein pc werde ich in den kernkomponenten sprich cpu und gpu nachbauen natürlich auch arbeitsspeicher so weit es halt geht vieles habe ich da aber nicht den komplett insgesamt den pc so wie er irgendwo angeboten wird weil das sind frei ich werde schauen ob das was versprochen wird auch wirklich mit diesen komponenten machbar ist lass uns loslegen gefunden habe ich diesen pc auf mediamarkt.de auch hier wieder ein pc von der firma systemtreff bedeutet systemtreff bau pcs und mediamarkt vertickt diese für 960 euro sind wir mal nicht kleinlich sagen wir mal 1000 euro falls sich der preis später mal ändern sollte falls du das später siehst es handelt sich hier um einen high end gaming pc mit einem easy 9700 8 gewalt arbeitsspeicher und natürlich schöner rgb beleuchtung dieser pc basiert auf einem euro kugelser es ist auch hier wieder windows 10 pro dabei und das bulgut interset internet internet security antivirus programm und dieser high end gaming pc bietet uns einen acht kern i7 9700 also mittlerweile zum zeitpunkt videos von vor zwei generationen mit lediglich acht kernen ohne hyper threading dazu gibt es wahnwitziger 8 gigabyte arbeitsspeicher und hier muss man einfach leider vom worst case scenario ausgehen insbesondere aufgrund des gewählten mainboards dazu gleich mehr worst case szenario bedeutet einmal 8 gigabyte und im dümmsten fall auch nur mit einer geringen taktung zum beispiel 2400 megahertz dieser high end gaming pc bietet uns eine gtx 1660 super grundsätzlich eine super grafikkarte definitiv dazu gibt es lediglich eine ssd mit 256 gigabyte über eine sata schnittstelle angebunden also nichts spektakuläres ja und warum ich das mainboard so betont habe war letztendlich weil es hier lediglich ein gigabyte mainboard gibt nichts gegen gigabyte ich bin mit gigabyte mainboards super zufrieden in den letzten jahren aber das h 310 ms 2 h 2.0 würde ich mir unter keinen umständen jemals selber kaufen wir kommen dazu gleich es gibt noch einen dvd brenner so natürlich habe ich das ganze bei guide sites mal nachkalkuliert bzw konfiguriert und hier natürlich mit besten gewissen und wissen aber auch unter der tatsache dass man nicht weiß was genau zum beispiel für eine ssd verfügbar ist in diesem system treff pc intenso die top performance ssd ist so ein gängiges ding bei solchen konfiguration langsam arbeitsspeicher nur ein modul warum das ergibt sich aufgrund des mainboards denn system verbaut ja genau dieses mainboard und hier gibt es nur zwei module also zwei steckplätze für zwei module als systemlegator denkst du dir ok benutzen ein modul damit der kunde später auf beispielsweise 16 gb mit dem gleichen modul aufrüsten kann gute idee das problem ist allerdings dass man dadurch echt was an leistung verschenkt und dann habe ich einfach mal die gtx 1660 super von zotec gewählt die kostet hier aktuell um die 500 euro ist ein krasser preis aufgrund meines guten willens habe ich einfach mal ein system power 9 400 watt netzteil einkalkuliert und kommen hier auf 926 euro dies natürlich erstmal so gibt aber der eka einkaufspreis ist definitiv darunter dann möchte ich hier noch mal kurz auf ein zitat hinweisen und zwar mit der eingebauten high-end gamer grafikkarte nvidia geforce gtx 66 super 6 gb gddr 6 verfügt ihr pc über genügend leistung um aktuelle spiele in full hd schräg schräg 4k aufzulösen so hier haben wir dann die gtx 1660 super 8 gb arbeitsspeicher mit einem module und 2400 mhz dazu den kohesi 9700 k auf einen z 390 mainboard warum jetzt diese kombination ganz einfach die 9k version des i7 habe ich nicht da aber um jetzt sozusagen die cpu zu simulieren nutze ich den k auf den z 390 mainboard bei dem coffee lake refresh cpu ist beziehungsweise dem easy 9700 liegt der turbo tag bei 4,7 ghz auf einem kern und 300 megahertz weniger dann bei 4,4 ghz und diese habe ich jetzt beim 9700 k über das z 390 mainboards auf allen kernen eingestellt und habe damit letztendlich einen 9700 ohne k wir springen ab in cod wowzone und wir sehen hier ganz klar in cod wowzone sind 8 gigabyte schon echt zu wenig irgendwas anderes im hintergrund zu machen wie zb streaming oder irgendwelche browser tabs offen zu haben dürfte schon hart zum problem werden was auch hier ersichtlich wird ist durch den arbeitsspeicher gibt es harte fps drops sobald wir in richtung 7,1 gigabyte ram auslastung gehen fallen wir zurück auf 6,8 gigabyte arbeitsspeicher war eben was ausgelagert wird vom arbeitsspeicher in die ssd oder das system medium dadurch haben wir ein fps drop und insgesamt auch nur um die 80 bis 85 fps assassin's creed valhalla in full hd und dem preset hoch und hier sehen wir ja auch der arbeitsspeicher ist wieder super voll und die fps sind eben halt nicht ganz so ideal mit unter 50 wird es an einigen stellen doch auf jeden fall zur slow motion und deswegen kann hier ganz klar sagen diese grafikkarte ist maximal für full hd ausgelegt 4k können wir damit vollkommen vergessen weiter geht's mit rainbow six siege eines der spiele was super beliebt ist aber man muss auch ganz klar sagen dieses spiel läuft quasi auf jeder kiste mit hohen beziehungsweise sehr hohen einstellungen dennoch muss ich auch hier sagen mit dem preset sehr hoch komme ich hier auf 20 fps weniger als wenn ich die gtx 1660 super mit einem i5 kombiniere und das bedeutet auch hier läuft das ganze nicht optimal und wir erzielen hier einfach mal nur die leistung eines eigentlich 800 euro gaming pc ist dein geliebtes fortnite läuft in der summe auch recht flüssig definitiv aber an einigen stellen gibt es dann trotz der entsprechenden einstellungen also preset hoch ohne schatten immer wieder mikroglop beziehungsweise auch fps drops auch hier ist die arbeitsspeicherauslastung relativ hoch und die fps sind eben nicht das was ich von einem 1000 euro pc erwarte im umkehrschluss bedeutet das ja es gibt solide bis gute fps je nach spiel aber es geht definitiv besser gerade auch in bezug auf das budget von knapp 1000 euro nun habt ihr gesehen was ihr für 1000 euro bekommt deswegen empfehle ich euch wenn ihr 1000 euro ausgeben könnt wollt möchtet dann schaut auf gamingguides.de vorbei auch dort gibt es immer die aktuellen konfiguration hier zum beispiel meine 1000 euro konfiguration und hier gibt es rgb und das ganze mit einem sehr aktuellen 511411 einem b560 profil mainboard und einer deutlich besseren rtx 2060 grafikkarte schaut dabei link in der video beschreibung eine frage in der letzten zeit relativ häufig aufgekommen ist gerade auch von zuschauern von euch aber auch aus dem familienfreundeskreis ist und zwar warum bist du nicht mehr für kamera zu sehen und das hat unterschiedliche gründe vor allem auch weil jetzt die polen und gräserzeit einfängt und ich wieder rote augen habe sein vater als hätte ich gekifft mit drogen habe ich nichts am hut noch nie und letztendlich ist das eine kombination aus müdigkeit und polen und gräser deswegen sehen man auch ziemlich durchaus in der regel aber auch die tatsache dass ich jetzt seit über einem jahr im home office bin und das tut der psyche teilweise nicht gut aber auch den körper nicht gut und aus diesem teufelskreis rauszukommen ist sehr schwierig und wenn es mir aber nicht passt dann stelle ich mich auch nicht vor die kamera weil das würde keiner sehen wollen teilweise es ist nicht gut und wenn die frisöre zu haben dann besonders nicht also auf jeden fall ja ich versuche irgendwie mal wieder regelmäßiger vor der kamera zu stehen aber aktuell lieber nicht aber an der stelle danke für euer interesse wir sehen uns damit im nächsten video wieder vielen dank fürs zuschauen und wenn du weitere tipps oder vorschläge hast für pcs die ich mal auschecken soll schreibst mir gerne auf instagram schau einfach mal auf meinem channel vorbei channel account naja meiner seite drück auf folgen auch hier auf youtube abonnieren und dann bis neulich danke und ciao